so damit recht herzlich willkommen zurück hier zu einem weiteren part hier zum lotus map editor ich bin's der bio begrüßt euch ganz herzlich so in der letzten folge sind wir jetzt hier stehen geblieben an unserem schönen gabelungen hier wir sind ja dabei gewesen die kreuzung zu bauen und das wollen wir jetzt nach heute alles noch in dieser folge tun sowie die ersten scenerie objekte setzen das heißt also keine oberlast oberlasten oberleitung sondern wir werden uns heute so die ersten gebäude schon mal hier hinsetzen und alles was das ganze ist ja nur so ein bisschen semi real hier sehen wir ein paar einzelne bäume die hier abgebildet sind so aber das soll uns jetzt mal gar nicht so groß stimmen allerdings müssen wir jetzt hier erstmal den spline weitersetzen das werden wir jetzt so tun indem wir jetzt hier wieder aufs klein wechseln straßen gehwege suchen hier unseren bordstein raus ich hoffe dass ihr bis jetzt relativ gut mitgekommen seid um ja dass ich jetzt hier nicht zu schnell euch hier durch renne das wäre nämlich ein bisschen doof wenn das so wäre wenn ihr aber immer noch fragen habt dann fragt ich werde sie natürlich dann in den kommentaren beantworten eventuell wenn ich dann auch so machen dass ich zum beispiel ja ich sag mal so machen dass ich vielleicht noch mal ein extra video dann noch mal dazu machen werde dass wir das dann alles so ein bisschen so abdecken so wie gesagt wir uns erst mal hier nach dem bordstein setzen dann wollen wir mal weiter gucken das problem ist dass wir hier irgendwie ein bisschen schief geraten sind franz ehrlich straße durch auch ihren bordstein bekommen und somit haben wir jetzt hier unsere kleine hübsche kreuzung wir werden allerdings das polygon jetzt hier noch mal rausnehmen das werden wir gleich nicht brauchen weil wir nämlich damit was anderes vorhanden tatsächlich aber es werdet ihr gleich sehen so wenn lotus berechnet dann wird das super wir gehen wieder in die polygone holen uns jetzt hier unseren asphalt raus und wir müssen hier unseren asphalt noch ein bisschen bearbeiten obwohl lassen wir erstmal den bordstein noch einsetzen das wäre vielleicht eine ganz feine methode so genau jetzt gehen wir hier wieder zur straße wählen uns hier unserem bordstein wieder aus 150 wie gesagt ich baue jetzt hier wirklich nur so ein kleines szenario jetzt hierhin nicht dass ihr jetzt denkt dass wir jetzt hier eine komplette karte bauen oder sowas also das wird sie noch nicht so jetzt haben wir zum beispiel das problem dass lotus jetzt aktuell jetzt gar nicht jetzt hier wirklich groß rechnet jetzt macht er es wieder was und jetzt hat das auch aktualisiert weil sonst hätten wir das jetzt nämlich manuell jetzt nachladen müssen aber lotus hat es noch mal geschafft nein lieber sind wir wieder in den 2d modus wechseln so angesnappt hier hier hinten ran hier ran hier ran hier ran und hier ran so jetzt haben wir ja jetzt müssen schon mal die straße so jetzt wollen wir das ganze allerdings ja jetzt mal langsam mal ein bisschen komplett machen hier so jetzt gehen wir mal ein bisschen ran hier dann werden wir noch mal ein bisschen nachbessern müssen so wunderschön machen noch mal das hier gleich auswählen und dann können wir das hier hochziehen das ist eine nebenstraße die spielt für uns jetzt keine große rolle und das gleiche machen wir jetzt hier unten auch noch mal besitzen wir jetzt hier hin das sind relativ kleine straßen so und damit hätten wir also schon mal unsere kleine kreuzung gebaut ne sieht ja auch relativ schick aus so jetzt wenn wir hier nämlich was machen deswegen wünsche ich gerade das polygon und zwar wenn wir jetzt uns mal an einem gleis vergnügen und zwar werden wir heute wir nehmen heute einfach mal die alte schienen und setzen diese alten schienen jetzt wir bauen jetzt nämlich doch nicht so weiter sondern bauen nur so weiter geht hier so ein bisschen in die kurve rein und dann können wir das hier einfach weil ein bisschen brauchen wir sowieso nicht mehr in der regel so lassen wir es kurz mal ein bisschen rödeln dann können wir nämlich mit der mit der straßenbahn jetzt hier geradeaus einfach weiter fahren das fände ich vielleicht auch eine relativ coole sache so können wir jetzt hier erstmal die gleise wieder nehmen holen uns noch mal doch noch mal die alten die groove und schmeißen die jetzt hier einfach hin so sagen jetzt wohl warte mal machen wir auch noch mal zack zack und es nimmt das ganze hier hin so so genau und dann haben wir jetzt hier zum mal zum ersten schon mal unsere schienen so wir können natürlich an so ganz normalen gleise hier können wir natürlich auch unsere modifizierten schienen benutzen das funktioniert ohne probleme ihr seht ne wir setzen das jetzt hier einfach ran und schon hat das auch erkannt so werden sie jetzt auch wieder versuchen hört hier in die richtige position zu bringen ja so werden bis hierhin ran fahren jetzt rechnet er ganz gut jetzt also ich hoffe sonst wäre das alles ein bisschen blöd so entfernen das wehren uns die groove aus weil wir jetzt nicht über eine straße fahren so so je mehr natürlich verbaut wird ne desto langsam wird auch irgendwann mal der editor das würde dann auch mitbekommen so jetzt haben wir das hier auch und hier haben wir jetzt wieder unsere alte schiene aus so sagen jetzt hier und runter weiter und wollte jetzt hier hinten weiter raus fahren dann haben wir das nämlich auch schon gelegt und jetzt kommen wir nämlich zu dem punkt den ich euch vorhin oder in den letzten folgen schon erwähnt hatte wir können nämlich den boden hier aufstellen ihr seht anders als wir jetzt bei den gleisen hier sehen wir ja die gleise weil die verlaufen oberirdisch ne sie packen sich ja praktisch auf die straße halt drauf sodass dann hier praktisch so eine rillen entstehen hier ne das sieht man ja relativ gut hier ne wie sich das hier so in die textur reinschneidet und bei denen hier die sind halt unterirdisch ne hier sieht man wirklich bloß dass hier irgendwie durchschimmern aber auch nicht komplett richtig da sind wenn wir jetzt aber unter die karte gehen sehen wir ach da ist irgendwas ist da ne und das wollen wir jetzt genau beheben deswegen gehen wir jetzt wieder in unsere heilsgeliebte 2D ansicht und hier seht ihr zum beispiel schon hier stimmt irgendwas nicht hier glitscht irgendwas durch was aber nicht richtig dargestellt wird so ne das seht ihr ja hier hier und das können wir jetzt nämlich machen indem wir jetzt unter den punkten polygone gehen und hier zum beispiel transparent schneidet dem boden wenn wir jetzt hier auf ein neues polygon drücken und jetzt sagen ab hier ja das ist jetzt natürlich ein bisschen schade jetzt zeigt er es mir jetzt nicht komplett wir haben jetzt einfach mal ein bisschen soll er mir den boden erstmal schneiden so und wenn ich jetzt sehe achso hier sieht man es relativ gut ich würde mal sagen wir machen es ab hier weil ab hier sieht man es so so jetzt gehen wir hier hoch setzen das ganze hier hin und wenn wir jetzt nochmal weiter rauszoomen dann oh gott versuchen wir das ganze mal relativ gerade zu machen das kann fast hinkommen so drücken die lehrtaste und simsalabim Sabrina ja sehen wir dass die gleise auf einmal offen liegen ne ähm jetzt müsste man hier sind wir vielleicht noch ein bisschen obwohl das geht weiß jetzt nicht woran jetzt äh das jetzt hier liegt jetzt äh das sind irgendwie äh äh ja 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 ich bin jetzt auch gerade ein bisschen beschucke es tut mir leid ähm ich bin jetzt gerade ein bisschen gewundert warum das jetzt alles so komisch aussieht wir müssen das nochmal machen das transparente schneiden so und zwar wirklich nur bis hier hin so das war das nochmal wird zwar jetzt immer noch ein bisschen komisch aussehen weil das teilweise hier irgendwas stimmt hier mit der berechnung nicht auf jeden Fall stimmt's hier jetzt das ist schon mal gut seht ihr wir sind nämlich nicht im 2D Fenster und von daher gibt's da diese Probleme so schneiden wir das ganze jetzt hier auch nochmal bis jetzt hier vorne ran und schneiden das bis hier ja ja hier ist jetzt ein bisschen Maßarbeit und hier hin so und somit sind sie halt ne also wir sehen sie jetzt halt dementsprechend das geht hier irgendwie mit dem Knick hier nicht das sieht jetzt ich das mal sagen darf nicht schön aus deswegen werden wir jetzt noch was anderes machen Problem ist das gleiche ist jetzt wirklich so lang geworden ne ja ja natürlich das gleiche jetzt auch übertrieben lang gebaut wie man das sieht jetzt ähm dass uns jetzt so wenig Spielraum sage ich jetzt mal bleibt um solche Sachen jetzt hier eventuell ein bisschen hübscher zu machen weil ich glaube die Kurven die wir da reingemacht haben die sind zu scharf so wenn wir uns welche die Groove wieder aussagen neues Gleissegment so wenn jetzt hier einfach nur ganz normal jetzt nicht so eine kleine Kurve hier einbauen aber ihr seht er macht das auch so also von daher spielt sowieso keine Rolle so wenn wir jetzt hier unsere alte Schiene wieder aus und machen jetzt hier schon von vornherein schon einen kleinen Bogen rein und das sieht auch gleich dann deutlich besser aus als wenn das immer so abgekantet ist wenn das vielleicht nicht müssten jetzt dementsprechend die alten Schienen die wir jetzt da hinten haben wieder abreißen so und das Ganze schneiden wir jetzt äh unter dem Typ Polygon halt wieder hier an der Seite natürlich wieder im 2D Modus hier sehen wir natürlich wieder wunderschön von wo nach wo wir wieder schneiden müssen und schneiden das Ganze nochmal auf das ist praktisch wie wie wenn ihr den Boden einfach nur aufschneidet halt also ihn dann praktisch freilegt da spart ihr euch das Ganze denn nachdrücklich noch zu bearbeiten oder sonstiges ne sondern so würde es denn jetzt aussehen halt hier spielen jetzt natürlich viele Faktoren jetzt eine Rolle weswegen wir jetzt hier so relativ viele ich sag mal Grafikfehler drin haben wie ihr so unschwer gerade sehen könnt hier können wir unter die Karte durchgucken und hier wird das gar nicht richtig berechnet das ist jetzt alles immer noch so ein bisschen der Schuld von Lotus zuzuschreiben weil sich das Ganze halt immer noch ein bisschen im Early Access ist und noch nicht optimal umgesetzt worden ist damit aber solche Sachen nicht passieren weil solche Sachen werden euch definitiv passieren zumal jetzt hier auch der Bordstand vielleicht ein bisschen zu weit rein ragt also den sollte man hier sowieso wieder wegnehmen weil die Straßen mal voll dagegen brettern würde also ich würde sich unten alles aufschlitzen gehen wir jetzt in den Szenerieobjekt gehen hier unter Straßen und Gehweg und da finden wir hier ganz unten die Curbstone Tracked und die können wir jetzt hier einfach positionieren und schon können wir nicht mehr durch die Karte durchgucken und haben eigentlich eine wunderschöne Übergang halt hier könnte es vielleicht ein bisschen komisch aussehen weil genau hier müssten wir das jetzt ein bisschen anpassen weil ja die mittendrin eine Kurve ist es halt natürlich ein bisschen blöd deswegen sieht es jetzt halt auch dementsprechend so ein bisschen sehr albern aus also eigentlich eine voll dumme Stelle gewählt hier die jetzt hier das gleiche zu machen weil das ist jetzt wieder so ein Akt da sitzt man gefühlt wieder Ewigkeiten dran manchmal kann man solche Polygonfehler hier nochmal beheben indem man jetzt hier zum Beispiel nochmal alles wegnimmt seht ihr ne wir haben jetzt hier zum Beispiel also das passt so gar nicht hier rein leider Gottes weil wir jetzt hier genau an so einem Knick hier bauen das heißt wir müssten jetzt dementsprechend die Straße anpassen oder aber wir müssten einen früheren Übergang finden halt einfach dass zum Beispiel das jetzt hier schon ansetzt und dann halt in Straße verwandelt ja ist jetzt leider aber so jetzt nicht drin ich werde das jetzt einfach mal so benutzen nochmal genau da gehen wir jetzt wieder in den 2D Modus also das ist jetzt natürlich nicht das optimalste das schönste das kann ich jetzt absolut nachvollziehen ähm dürfte mir jetzt nicht übel nehmen ne das geht auch so nicht das müssen wir so machen so machen und jetzt äh so oder ne so und jetzt so 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 ja da gehen wir müssen wir jetzt ein bisschen schummeln das ist jetzt wie gesagt echt nicht die hübscheste Variante es tut mir echt leid aber das ist ja ein Tutorial und soll ja jetzt ja nicht äh Schönheitswettbewerb hier werden das muss man sich immer so ein bisschen ausmalen jetzt zum Beispiel auch diese Funktion die ich äh genannt hatte ne dass man sich das ganze jetzt hier wegselektieren kann dass zum Beispiel hier diese ganzen äh Striche und Linien hier verschwinden ja und dann hat man eigentlich ein relativ gutes Bild also es sieht jetzt schon ein bisschen besser aus es glitscht hier zwar alles durch ich müsste das vielleicht nochmal machen wir kriegen das hin dass das nicht ganz so albern aussieht ok dass es nicht ganz so albern aussieht das wäre ein Traum also wer meine Straßenbahn-Forsthausen-Karte kennt der weiß eigentlich dass ich hier schon sehr viel Wert auf dieses ganze drumherum lege dass es halt auch wirklich gut aussieht bloß bei mir ist halt die Schwierigkeit ich baue noch nicht äh energieeffizient äh sag ich jetzt mal ganz vorsichtig meine Karten sind relativ anspruchsvoll und sind jetzt nicht für äh ich sag mal ältere Computer gedacht oder sowas oder Computer mit wenig Leistung sondern bei mir bedarf das schon eine ganze Menge an Leistung damit diese Karten auch ordentlich spülbar sind und naja ist jetzt auch nicht äh verdient jetzt auch keine Preise aber was ist denn da eigentlich jetzt so was ist dein Problem hier keine Ahnung was dein Problem hier ist ja na gut ok dann haben wir das jetzt erstmal ist wie gesagt jetzt nicht die hübscheste Kreuzung ja müsst ihr jetzt hinweg sehen ich guck mal ganz kurz äh Bordständer Parallels das haben wir jetzt gemacht Polygoner Polygoner das haben wir auch ja eigentlich ja waren wir ja eigentlich bei den äh Szenerieobiecken aber ich sehe schon dass wir jetzt schon wieder 20 Minuten voll haben ja gut ähm wir werden noch äh das Polygon jetzt hier legen das Gras naja dann müssen wir wieder in den 2D Modus aber ihr wisst auf jeden Fall was das äh schneiden bedeutet jetzt ja leider weiß ich auch nicht was das da soll ja also ja also um Gottes Willen hier gibt's auch irgendein Problem so seht ihr na das sieht doch jetzt gleich viel ansprechender aus und wenn wir das jetzt auf der anderen Seite genauso machen würden ja dann würde das halt auch gut gehen wie gesagt was hier los ist das ist jetzt äh wäre jetzt wieder Mysterium was ich erstmal wieder auf den Grund gehen müsste das sieht irgendwie aus als ob hier Gleise liegen die gar nicht richtig hingehören hier fehlt mir das Gleise gefühlt naja gut wie ich schon sagte ne das ist jetzt äh kein schöneres Wettbewerb oder sowas wir befinden uns schon wieder bei 21 Minuten mal gerade hier durch mal gerade hier durch das äh das fängt ab hier an vielleicht mal ein ganz kurzes Gleis hier ja und eben ist es doch hier auch nicht äh eigentlich äh ist es ja alles sogar wunderbar hier liegt doch irgendwas so ja ihr seht ne Fehlersuche traumhaft also ich glaube Lotus weiß selber nicht was sein Problem hier ist und am besten wäre es einfach nochmal abreißen komplett und das dann neu legen naja gut Leute aber ich würde sagen machen wir in der nächsten Folge dann hier weiter denn setzen wir wirklich dann Objekte und ähm die Folge nenne ich dann jetzt einfach ähm Boden schneiden weil das ist ja das was wir heute gemacht haben und so ein bisschen ausgebessert und ähm werden wir uns dann natürlich dann aber spätestens jetzt im nächsten Party Szenerie Objekte eigentlich mal anschauen also Leute wenn euch das wieder gefallen hat dann lasst dem Projekt gerne einen Like da da freue ich mich drüber und sonst sehen wir uns hoffentlich zum nächsten Part wieder Tschüss